Das lange 19. Jahrhundert begann mit einer Phase der Veränderungen, die mit der französischen Revolution 1789 ihren Anfang nahm und endete erst mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges im Jahre 1914. Das Bürgertum durchbrach zu jener Zeit die Vorherrschaft des Adels. Charakteristisch für dieses lange 19. Jahrhundert war das historische Fortschrittsdenken. Auch fanden Prozesse der Säkularisierung und Rationalisierung statt. Zudem prägten ein demografischer Wandel, Nationalisierung sowie die Verbürgerlichung der Gesellschaft diese Zeitperiode. Große Fabriken wurden errichtet, der Kapitalismus setzte sich durch. Während die Aufklärung den Rationalismus, die Naturwissenschaften und ein mechanistisches Weltbild verbreitete, entwickelte sich bei vielen Menschen die Sehnsucht nach Harmonie. Die Romantik als Gegenbewegung beeinflusste Literatur, Malerei und Musik. Ihre Darstellungen besaßen starke religiöse, nationalistische, emotionale und naturbezogene Inhalte. Der deutsche Idealismus wurde von Immanuel Kant eingeleitet, überhöhte die romantischen Ideen in der Philosophie. Seine Vertreter sahen die Welt als etwas Geistiges an. Die Idealisten brachten erstmals verschiedene Theorien aus den philosophischen Teildisziplinen in zusammenhängende Systeme, um so die Welt umfassend beschreiben zu können. Der Begriff des deutschen Idealismus entstand in den 1840er Jahren mit den französischen und englischen Gegenbewegungen des Positivismus und des Materialismus. Die Philosophie des 19. Jahrhunderts zerfällt damit in verschiedene Richtungen und kann nicht mehr in einem einzigen Periodenbegriff zusammengefasst werden. Die Ausbildung der Stadt Die Ausbildung der Stadt